Eine Mischung aus Mord im Orient Express und Titanic, so könnte man in etwa die neue Netflix-Serie High Seas beschreiben. Ich habe mir alle Folgen angeguckt, genau wie mein Gast heute Hanna. Und wir werden heute mal die Serie ein bisschen unter die Lupe nehmen und in dem Sinne willkommen zu Reingeschaut. Kommen wir mal ein bisschen zu den Basics erst, ist am 24. Mai 2019 rausgekommen und wurde in Spanien produziert. Ist ein Original. Ich weiß noch, ich wollte es mir anschauen, weil ich fand das irgendwie ziemlich cool aus, dieser Trailer so von der Optik her. Hat mich so ein bisschen irgendwie an Agatha Christie so in die Richtung erinnert und da habe ich mir gedacht, fange ich mal an. Hast du vielleicht noch, ist dir noch im Kopf, was du bei der ersten Folge gedacht hast, als du sie geschaut hast? Also man merkt ja direkt am Anfang eigentlich, dass die Hauptcharaktere, also vor allem die zwei Schwestern aus einer eher wohlhabenderen Familie kommen, weil ich meine, da sind eine riesige Menschenmenge und die fahren einfach mit so einem richtig teuren Auto durch, anstatt halt auch zu Fuß zu laufen. Nein. Das stimmt. Und dann fahren die halt diese Frau an und ich war halt gar nicht überrascht, weil ich hab's halt einfach richtig kommen sehen, dass irgendwas passiert mit diesem Auto. Überall waren Menschen und dann dieses Auto da mittendrin, das war irgendwie dann so ein bisschen vorhersehbar. Nein, das war überhaupt nicht. Also ich hab mir die Folge noch mal gerade eben vor ein paar Minuten in der Bahn angeguckt, die ersten Minuten und war nochmal überrascht, dass da jemand vor das Auto läuft, weil das so, da war so eine richtig schöne Szene auf das Schiff und da diese Gasse mit den Menschen. Auf einmal so läuft da diese Frau vor. Also ich fand das schon, war das schon ein bisschen geschockt. Aber ich glaube ganz angefangen hat es dann mit dem Kapitän, der in sein Logbuch schreibt oder in sein Tagebuch schreibt, da schon drei Menschen gestorben sind. Fand ich, ist schon ein bisschen was vorweggenommen worden, wo man sich das ja auch irgendwie denken kann bei so einer Serie. Also das fand ich jetzt nicht so schlimm. Und ich fand die erste Folge gegen mir alles viel zu schnell. Also ich glaube zwei Minuten lief diese Serie und schon wird da jemand angefahren. Und das Krasse fand ich, die wurde einfach so in die Kiste geschmuggelt. Die kannten die nicht. Ja. Und wie gesagt, keine Polizei. Und dann keiner von denen widerspricht so wirklich. Ja doch, die magt doch. Ja, ja okay, die Ältere. Die Tochter von der Haushälterin da. Die Franziska ist die Haushälterin. Ja genau. Und die Schwester ja ein wenig, die Blonde. Die Carolina. Ja genau. Ich vergesse immer ihren Namen, deswegen ist das ein bisschen das Problem. Ja. Ja, ich fand es auch ein wenig merkwürdig, dass vor allem die einfach so durchgeschmuggelt wurde. Keine Ahnung, vor allem, wenn man halt so auf einem Schiff oder sowas ist, dann als ob die da nicht mal reinschauen oder so. Ich meine, das war jetzt schon ein bisschen komisch. Ja, das stimmt, ne. Aber die waren ja kurz davor als der Detektiv. Ich glaube, Verwähler hieß der oder so, kann das sein? Genau, der hatte ja schon, wollte ja schon reingucken, aber da haben die natürlich so ein bisschen gesagt, wer sie sind und welchen Status sie haben. Und dann wurden die einfach so durchgewunken. Ja okay, dadurch, dass diese Carolina, ja doch Carolina, ja auch die Frau oder die zukünftige Frau von dem Mann ist, dem der Schiff gehört, ist es natürlich klar, dass sie einen anderen Status haben. Ja okay, also ich fand, es ging so gerade durch die Story mit der durchgeschmuggelten Frau, aber so ganz realitätsnah war es irgendwie nicht richtig. Ja, ich finde, das hätte man ja auch richtig easy anders machen können. Ja. Man hätte sie einfach so als blinde Pajasierin einfach so auftauchen lassen können. Also man musste sie ja nicht unbedingt durch die zwei Hauptpersonen aufs Schiff gelangen lassen. Da gäbe sich ja eine andere Methode. Also das hat mich schon ein bisschen gestört, weil es einfach so, als hätte man die ganze Serie konzipiert und dann so, ey, wie schmuggeln wir jetzt einfach die Frau aufs Schiff? Und dann sagt jemand so, ja, ach, das machen die in der Kiste. Ja. Also das fand ich so ein bisschen sehr, sehr schnell entschieden. Und fand ich auch, fand ich, hatte ich schon so einen Eindruck, das könnte jetzt ein bisschen billig werden, die Serie. Hatte ich ein bisschen den Eindruck. Ja, ich auch, ja. Dann hat sich das aber wieder ein bisschen geändert, als man das erste Mal die Innenausstattung des Schiffes so gesehen hat. Und ich dachte, so von der Optik her, hat die mich direkt von den ersten Folgen richtig überzeugt, die Serie. Ja, ich fand auch, die Kostümbildner haben da einen richtig guten Job gemacht. Generell auch die ganzen Kostüme halt von den Charakteren wirken halt sehr hochwertig und auch der Zeit angepasst. Also die Serie spielt da ungefähr am Ende der 40er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in Spanien. Beziehungsweise sie legen ja in Spanien ab und dann fahren sie halt nach Brasilien, genau. Fand ich auch halt gut gemacht, dass sie nochmal so die Probleme der Leute so ein bisschen aufgegriffen haben. Ja. Dass manche halt so irgendwie einen neuen Traum oder sowas erleben wollten. Also nochmal neu anfangen, was ja nach dem Krieg auch irgendwie verständlich ist. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das war schon cool und hat mich auch überzeugt mit den Kulissen. Auf jeden Fall. Und dann wurden ja so die Personen langsam eingeführt. Also wir haben den Bräutigam das erste Mal getroffen, den Fernando, dann haben wir den Detektiv, der war ja schon ganz am Anfang dabei, die zwei Dienstmädchen von den Senoritas, wie sie die ganze Zeit über Null genannt werden. Die Senoritas. Die Senoritas. Ähm, und dann haben wir den ersten Offizier, diesen Nikolas, ähm, gesehen, der, ähm, der mir direkt aufgefallen ist, weil irgendwie, fand ich, so richtig, so aussah, er war einfach perfekt ausgewählt für die Rolle. Ja. Er war so ein richtiges Stereotyp von so einem gutaussehenden Offizier. Ja, vor allem von so einem. Einfach so 100 Prozent. Von so einem Gentleman irgendwie. 100 Prozent. Die so richtig gut in diese, in diesen Job reingepasst hat. Ja. Und, ja, das fand ich echt cool. Also das und da wurden, aber ich fand, das wurden auch am Anfang, waren, waren, waren es mir ein bisschen zu viele Personen, weil da wurden ja eigentlich fast alle eingeführt. Ja. Und manche hätte man ja auch, hätte man ja auch warten können. Zum Beispiel diesen Sebastian, diesen, ja, diesen Playboy da, der, ich finde, einer der coolsten Figuren überhaupt war. Ja, fandest du? Weil, ja, er war, klar, er war so übel der Macho, aber er war ja, was ich sehr cool fand, zu allen Leuten nett, so auch zu seinem Diener. Ja, stimmt, okay. War ja auch, kann man ja jetzt nicht anders sagen, vielleicht zum Ende ist er ein bisschen offen gelassen worden, was da passiert, aber er war ja immer nett, so. Ja, schon. Also deswegen und, ähm, ich glaube, wurde auch schon der Diener vorgestellt? Nee, ne? Dimas. Nee, ich glaube, der wurde noch nicht dargestellt, aber direkt in der nächsten Folge. Ja, das fand ich auch ein bisschen irgendwie blöd, dass irgendwie alle Charaktere schon in den ersten beiden oder in den ersten drei Folgen vorgestellt wurden, weil dadurch irgendwie so der Überraschungseffekt fehlte. Es war jetzt nicht, dass man so irgendwie so eine unbekannte Person hatte, die im Dunkeln so ihre Strippen zieht und sowas. So, es war, also, dass man so jemanden nicht erkannt hat oder so, so jemanden so, der im Dunkeln oder sowas immer ist und der so unauffällig wirkt, das war dann eher nicht so wirklich, ja, also, dieser, dieser eine da, der im Maschinenbau gearbeitet hat, mit dem, mit der Augenklappe, ja, der ist mir direkt schon richtig komisch vorgekommen. Also jetzt nicht wegen seinem Aussehen her, also, obwohl doch schon ein bisschen, also, er wirkte schon so anders als alle Leute, aber kann ja auch ein Arbeitsunfall oder sowas gewesen sein. Ja. Aber, ähm, ich fand's halt ein bisschen schwierig, dass er immer mit dieser, ähm, mit dieser Entführten, also, nicht Entführten, sondern, ähm, ja, halt mit der Frau, die halt fliehen wollte, zusammengesehen wurde, dann war's irgendwie direkt klar, dass sie so unter einer Decke stecken mussten. Ja. So, und das fand ich halt ein bisschen blöd, weil dadurch gab es keine richtige Wendung in der Story irgendwie. Ja. Das war so ein bisschen vorhersehbar. Ja, ja, okay, das stimmt, ähm, was ich noch bei der ersten Folge, also, nee, also, ich geb dir erstmal recht, das war ein bisschen, ja, es hat ein bisschen der Serie auch genommen, wenn man alle am Anfang vorstellt, aber ich denke, das ist ziemlich so, ziemlich normal für dieses Genre, wenn man jetzt denkt, ähm, an Miss Marple oder so, ich hatte es in der anderen Redaktion schon mal gesagt, ein bisschen Ähnlichkeit mit Agatha Christie, so Motto Morian Express, da ist es ja auch so, dass erst alle, äh, möglichen Verdächtigen vorgestellt werden und dann wird so in alle Richtungen ermittelt und die Leute ausgeschlossen. Ähm, das ist eigentlich klassisch und das war da auch so, aber es waren einfach zu viele für gerade mal 40 Minuten, plus noch alles andere erklären, so. Also, das fand ich ein bisschen krass und auch der erste Mord, okay, der musste ja irgendwie früh kommen, sonst wäre es ja langweilig. Ja, vor allem, weil es ja nur acht Folgen waren, es war ja nicht wirklich lange, also, auch wenn es 40 Minuten lief. Aber die Folgen fand ich vergleichsweise cool, zwar manche liefen auch nur irgendwie 35, 37, wenn man da so andere Netflix-Serien gerade denkt, irgendwie so 50 Minuten bis, bis zu einer Stunde gehen. Stimmt schon. Ziemlich, ziemlich angenehm. Ähm, dann kam der erste Mord und da war ja, also ich hab wirklich ja, ich hab ja, man denkt ja, dass es die, die, ähm, die blinde Passagierin war, ähm, diese, ähm, Sophia, glaube ich, hieß die, ne? Ja, genau. Ähm, und da, so, sie ist ins Wasser gefallen. Ist, fand ich clever, weil man, wenn man die Leichen nicht findet, kann man da ja auch schlecht irgendwie Schlüsse ziehen und kann nur sich auf, nur auf, ähm, nur auf Motive konzentrieren. Und dann, ähm, haben die Ermittlungen jetzt ihren Lauf genommen, weil ich hätte jetzt gedacht, dass die Hauptperson der Detektiv ist, weil es, es ist ja ein Mord. Oder halt der Kapitän. Oder der Kapitän. Weil der halt direkt am Anfang, ja. Und meistens ist der Hauptcharakter ja immer derjenige, der am Anfang zuerst spricht. Das stimmt. Und dann halt so die Lage aufdeckt. Ja. Und irgendwie hat er aber gar nicht ermittelt. Also war es ein bisschen komisch, dass der dann direkt am Anfang vorkam. Ja. Ja. Also der Detektiv fand ich dafür, dass das ja sein Handwerk ist und man auch, ich hätte denken können, der Detektiv ermittelt in diesem Familienfall, aber der hat ja eigentlich gar nichts, gar nichts gemacht. Der hat nichts gemacht. Der hat ja keinen Fall gelöst. Also der hat ja keinen Mord wirklich aufgeklärt. Vor allem das Schlimme ist ja auch, der hat direkt so voreilige Schlüsse gezogen. Ja. Zum Beispiel beim ersten Mord, da mit dem Kabinjungen oder welche Stellung er ja auch immer hatte. Der Zimmergenosse von Dimas, ne? Genau, die Zimmergenosse. Dass er direkt gesagt hat, so ja, das ist ja auf jeden Fall, ich ermittre jetzt nicht weiter quasi, wir haben den jetzt. War auch ein bisschen komisch. Und man weiß ja auch nicht, ob der Detektiv ihn jetzt zum Geständnis gezwungen hat, weil die Mast wurde ja aus dem Raum geschickt. Ja. Und danach hat dann ja der Privatdetektiv gesagt, ja, das ist der. Ja. Also weiß man nicht genau, hat er jetzt so auch so ein bisschen was beeinflusst oder ist er einfach nur irgendwie voreilig und sagt jetzt so, ja, egal. Weil, hauptsache ich habe jetzt irgendeinen Mörder gefunden, so ein Opferlamm quasi. Ja. Ich, ja. Ja, sorry, es wurde ja auch, glaube ich, später gesagt, dass der Inspektor oder der Detektiv in die Kabine reingegangen ist, kurz bevor der erhangen wurde. Und das wurde aber nicht wirklich aufgelöst, oder? Ja, ne, das wurde gar nicht aufgelöst. Das finde ich... Das finde ich auch richtig komisch. Und der, der hat ja auch noch eine andere Hintergrundgeschichte, der Detektiv. Ja. Der hat doch den, ähm, hier den Ehemann von der Karolina da erpresst. Der wollte doch Geld haben. Das war doch nicht der Detektiv. War das nicht der? Nein, nein, nein. Dann, weil manchmal war die, die Handlung richtig verwirrend. Ich fand sie so verwirrend manchmal. Es finde ich, es gab drei Personen, die fand ich einfach, es sahen richtig gleich aus. Das war einmal der Arzt. Ja. Dann war das der, ähm, der Bruder von, ähm, Eva, glaube ich, oder was? Der da mit dieser, der diese Tänzerin da vergewaltigt hat. Ah ja, nein, nein, das ist nicht der... Ein Gelderpresser. Der kam aber nur richtig, kommt, richtig kam in der ersten Folge vor und dann später nochmal. Ich glaube, der hatte keine zentrale Rolle. Der Gelderpresser ist richtig komisch. Ich dachte, das wäre dieser Detektiv gewesen. Nee. Aber das war, diese Handlung ist auch manchmal so richtig verwirrend. Zum Beispiel, ähm, wo der Kapitän dann in den späteren Folgen so sagt, nee, wir fahren jetzt zurück nach Spanien, nach Barcelona, glaube ich. Ja. Und dann einfach dieser Cut ist, wo er halt dann angeschossen werden sollte. Ja. Und dann auf einmal ist da so ein junger Käpt'n und man denkt so, hm, ist das jetzt eine Reise in die Vergangenheit, ist das jetzt so der junge Käpt'n, weil ich hatte gar keinen Plan, was da abgegangen ist und dann wurde erst so 30 Minuten später erklärt, dass der Käpt'n halt entlassen wurde oder sowas und halt jetzt der erste oder nee, der zweite Offizier halt die Steuer übernommen hat. War der zweite Offizier der Mann von der Tänzerin? Ja, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Es könnte sein, weil er ja auch eine Uniform anhatte. Also er hat ja auf jeden Fall auch auf dem Schiff gearbeitet. Ja. Ach, wann wurde denn, ey, wann wurde denn der Kapitän entlassen? Ja, der... Hat der nicht irgendwann selber seinen Dienst quittiert? Ja, oder irgendwie sowas. Aber weißt du, der stand zuerst am Steuer, dann kam der, ähm, der Vergewaltiger da, wollte den irgendwie stoppen, weil sein Geld dann futsch ist oder sowas, weil er ja investiert hat in der Schiff. In die Räderei hat er investiert, ja. Und, ähm, dann fiel ja dieser Schuss und dann war so Blackout, was ich ganz gut fand, weil ich dachte so, hm, wer ist jetzt erschossen worden oder ist irgendwer angeschossen worden oder sowas. Ein Schuss fiel ja und dann auf einmal steht da dieser junge Käpt'n oder zweiter Offizier, der halt jetzt Käpt'n ist. Und man ist total verwirrt. Also ich war total verwirrt zumindest. Ja, aber es wurde ja der, ähm, Dingens getroffen. Der, ähm, der erste Offizier. Genau. Der, äh, ach, warte, 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 der, der Nikolaus wurde, wurde getroffen. Ja, genau, der wurde getroffen. Und das fand ich auch ein Schwachpunkt. Warum ist dann dieser, ähm, dieser, Hannibal hieß der, glaube ich? Ja, genau. Warum ist der nicht irgendwie festgesetzt worden in der Zelle? Weil ich meine, der hat auf den Käpt'n geschossen. Ja. Und es hat die ganze Brücke gesehen und was passiert? Gar nichts. Ich fand, das war aber eigentlich ziemlich, ähm, dadurch wurden vielleicht nochmal so die Hintergründe gemacht, dass es immer noch in den 1950er Jahren so eine Ständegesellschaft vielleicht gab. Ja, okay. Weil, weißt du, so von erster, zweiter und dritter Klasse, zum Beispiel, als dann ja auch der erste Mord passiert ist, wer durfte da nicht irgendwie in den oberen Bereich des Deckes? Ja, die dritte. Natürlich die dritte Klasse. Ja, ja, stimmt. Die wurden dann eingesperrt. So, das fand ich eigentlich ziemlich gut gemacht, dass dann nochmal diese Unterschiede in der Gesellschaft klar gemacht worden sind. Ja. Ähm, und halt auch, dass irgendwie der erste Klasse gar nichts passieren konnte so richtig. Also, bei der wurde auch gar nicht ermittelt erst, ne? Bei denen wurde nichts gemacht, bei denen wurde nicht irgendwie untersucht oder so, dem wurde auch irgendwie gefühlt nie was gesagt, was ich auch richtig komisch fand, nur weil man dann halt wollte, dass sie eine schöne Zeit haben, aber ich meine, wenn so ein Mörder so rumläuft, als ob man dann nicht will, dass die Sicherheit der Gäste so garantiert wird. Aber weiß nicht, ob man das den Gästen, ob ich das den Gästen sagen würde, so ganz, also. Ja, schon, ne? Da ist ja Panik, weil du kannst ja nicht von diesem Schiff wegkommen. Ja, manche werden ja da Todesängste erleiden, wenn die wissen, ich bewege mich hier auf einer sehr kleinen Fläche und hier ist ein Mörder unter uns. Ja, okay, aber ich meine, als ob du dann so ahnungslos sein willst und dann so, kann dann, manchmal waren ja auch nachts so Leute einfach auf Decks unterwegs, so richtig alleine. Okay. Okay, das ist schon, ne? Ist schwierig, aber im Stück weit kann ich es nicht verstehen, dass da nicht so, nichts aufgeklärt worden ist. Ja, man kann schon so nachvollziehen, aber ob das jetzt so die richtige Entscheidung war, ist halt fragwürdig so. Ja, und ich fand, so in den ersten Folgen fand ich die Handlung ein bisschen zu, ja, zu gewollt, so was passiert ist. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da wo dieser Dienstjunge da, der Zimmergnosse von die Masse festgehalten worden ist und er hat mich erst mal gefragt so, warum gesteht er die Sachen, weil was bringt ihm das, vielleicht Geld für seine Familie, okay, da kommt man auch noch so drüber hinwegsehen. Aber dann kam Nikolas, der erste Offizier und Eva rein und dann hat Nikolas so gefragt, ja, warum machst du das? Und er sagt, ja, ich mach das, das ist die Wahrheit. Und dann wird er geschlagen. Und dann so einmal, ja, okay, okay, ich war's. Und dann so, ja, warum? Wer bezahlt dich? Ja, so, das kann ich nicht sagen. Ja, sonst bringen die mich um. Wie schnell der einfach gesteht, dass er es war, aber wenn es um den Fall geht, wer ihn bezahlt hat, sagt er gar nichts. Und dann gehen die einfach wieder raus, anstatt irgendwie ihn zu einem Geständnis zu bringen. Ja, das ist einfach so komisch. Und dann kommen sie wieder und dann ist er erhangen. Ich dachte mir so, das kann nicht sein, als ob in der Stunde, wo die aus dem Raum sind, einfach der getötet wird. Ja, aber okay, sag schon. Wie groß ist dieser Zufall? Ja, aber ich meine... Außer jemand hat was von den Ermittlungen da mitbekommen irgendwie. Ne? Also das fand ich ein bisschen zu krass gewollt. Ja, also das mit dem Geständnis fand ich auch richtig komisch. Einschlag, und der war ja direkt kooperativ so ein bisschen. Ja. Und vor allem das Komische war, sie sagen ihm so, ja, wenn wir ankommen, du wirst zu Tode verurteilt. Und er sagt so, ja, aber wenn ich jetzt die Namen sage, dann werden die mich umbringen. Und man denkt so, hä, du stülpst doch so oder so anscheinend. Und anstatt, dass du den Leuten jetzt so hilfst, die Ermittlungen so weiterzubringen, weil du eh schon in Gefahr bist. Ich meine, der wurde da festgesetzt. Ist doch klar, dass dann irgendwer Fragen stellt. Und dann halt der Mörder sich so denkt so, hm, also der wahre Mörder so, hm, hm, vielleicht sollte ich ihn mal so zum Schweigen bringen, was? Ja, ja, das fand ich, und es wurde auch, das wurde ja gar nicht wirklich aufgeklärt, oder? Wer das genau war. Nee, nicht richtig, glaube ich. Also da hing ja noch der Detektiv mit drin und das fand ich ein bisschen schade. Da war ja doch diese, die, ähm, das Stück von der Uniform in diesem Luftschacht, oder was das war. Ja. Ja, und, ähm, dann wurde doch irgendwie aufgeklärt, dass es der, halt der, ähm, ne? Der Offen, ja, der halt der, mit der Maske halt war. Ach, ja, ja. Weißt du, und dann war der neue Hosen, der ist ja durchgeklettert. Ach so, da ist der durchgeklettert? Ja. Durch dieses, äh? Ich hab keine Ahnung, das ist auch keinen Sinn. Der war doch wohl ein bisschen, äh. Aber irgendwie kam der halt da durch, anscheinend. Und warum war dann der, hä? Und warum war dann der Detektiv da drinne? War das, oder war das vielleicht einfach so eine, so eine, so eine Spur, die sich im Sand verlaufen sollte? Keine Ahnung. Also, dieser Mord, der wurde nicht gut aufgeklärt. Nee, also gar nicht so richtig. Der hat den ja auch, glaub ich, gar nicht gestanden. Ja. Ja. Also, das war einfach nur so, ja, irgendwie war das jetzt, aber wir machen nichts wirklich. Oder ich erinnere mich jetzt falsch, aber das war irgendwie komisch von der Handlung Deswegen dachte ich, so in den ersten zwei bis drei Folgen dachte ich so, das kann nicht sein, dass das jetzt so alles so richtig wir und einfach, wie es gerade passt, so geformt für die Serie. Aber dann kam so ein bisschen, fand ich, der größte Plottwist der Serie, als man gesehen hat, die blinde Passagierin, ähm, Sophia, lebt noch. Ja. Und das fand ich, war eine krasse Folge. Da war nämlich, ähm, Carolina hat selber Untersuchungen angestellt, also die mit dem blonden Haaren und war, hat sie dann in diesem Raum da gefunden mit dem, mit ihrem Vater, den sie nicht erkannt hat. Ja, das ist ja der größte Plottwist eigentlich, aber hey, ich weiß, ob man seinen Vater nicht erkennt. Das ist so unlogisch, vor allem an der Stimme, als ob man die Stimme so krass verstellen kann. Also, hä, ja, man erkennt ja doch schon an der, an der Statur und eine Gesichtshälfte war ja frei. Nur weil der jetzt mal andere, so andere Kleider macht. Weil der so eine Maske auf der einen Seite trägt, dachte ich mir auch so, ja, okay, muss das sein. Aber in der Folge. War fand ich spannend. Ja. Weil dann hab ich gedacht so, wer, hä, wer ist denn dann? Ist überhaupt jemand über Bord gefallen? Und wenn ja, wer? Ja, ich fand halt, irgendwie in der Folge hab ich dann halt gemerkt, dass sie, ähm, diese Sophia und der Vater, der halt noch nicht quasi entdeckt wurde, halt unter einer Decke stecken und da dachte ich so, hm, wer ist dieser Mann eigentlich? Weil irgendwie wusste ich ab dem Moment, dass er so eine richtig wichtige Rolle spielen muss und ich hab mir da schon so fast gedacht irgendwie, manchmal war es so echt vorhersehbar. Also für mich, ich weiß jetzt nicht, wie es anderen Leuten geht, aber irgendwie dachte ich mir so, hm, das mit dem Vater war ja irgendwie schon komisch und dass der Bruder vom Vater nicht wirklich darüber reden wollte, der hat immer gesagt so, ja, das war so eine Schuhfabrik, so eine Schuhfabrik und ich so, ich, da, als ob der das so beteuern muss, als ob da so irgendwas Korruptes am Laufen war, direkt, das war so auffällig irgendwie. Also, in der Folge, als man dann halt gemerkt hat, dass Sophia noch am Leben ist und dass sie halt Kontakt mit diesem Mann hat, der halt bisher noch eher so unauffällig aufgetreten ist, so hat man halt irgendwie gemerkt, die müssen ja sich irgendwoher richtig gut kennen, weil als ob man sonst so krass unter einer Decke steckt, ich meine, das sind ja nicht zwei Fremde gewesen oder sowas. Ja. Ich dachte mir so, irgendwie ist das auch komisch, dass so oft so der Tod des Vaters thematisiert wird und, ja, keine Ahnung, also, ich fand, man könnte es vorhersehen, wenn man nur genauer drüber nachdenkt, so. Ja, okay, ich hatte eine andere gute Theorie und zwar dachte ich, dass, also ich wusste, dachte auch, dass irgendwie verwandt sind oder so, also Sophia und der Mann mit der Maske. Die haben sich ja auch so vorgestellt, die meinten dann ja, dass er irgendwie Onkel und Nichte. Ich dachte, dass es sogar ein Schlicht wäre, dass die einfach so ein Einbrecher-Duo sind und dass er da arbeitet und dass die tagsüber die Kabinen da beklaut und dass er das versteckt, weil er das Schiff ja kennt, weil er da ja Arbeiter ist. Und deswegen dachte ich, dass die so zusammen sind und die Wendung, dass das der Vater ist, habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Und das wurde auch richtig unspektakulär aufgelöst. Ja, ne? Das klingt einfach nur so, ich will jetzt zu meiner Tochter. Da dachte ich so, hey, das ist der Vater. Und da dachte ich so, Leute, das ist jetzt echt ein bisschen too much, so. Ja. Wie verzweigt soll das bitte auf diesem Schiff sein? Wie kann es sein, dass alle Leute, die an diesem Familiendingen da beteiligt sind, da sind, sogar der Arzt der Familie ist an Bord, warum auch immer. Vielleicht, weil er fliegen wollte. Der wurde ja irgendwie eingestellt. Ja, oder dann ist der Onkel Pedro. Alle sind da und der Vater auch, aber versteckt. Dachte ich mir so. Das ist so ein bisschen halt wirklich wie im Orient Express. Ja. Spoiler an der Stelle. Wer es noch nicht richtig geschaut hat. Gut, dass man das immer nachher sagt, Spoiler an der Stelle. Ja, das halt, nein, ich meine jetzt, was im Film halt passiert, dass am Ende halt alles zusammenhängt und die sich halt alle wirklich richtig gut kennen, ähm, es war halt nur ein bisschen so billig gemacht irgendwie, also. Ich so, ja, als ob der Vater, der totgeglaubte Vater kommt zurück, zieht seine Maske ab. Und dann auf einmal so, ja, ich bin der Vater, will er auf einmal zu meinen Töchtern, so. Ich habe sie die ganze Zeit ignoriert, habe meinen Tod vorgetäuscht und alles nur, damit ich jetzt, so. Aber eigentlich ging es ihm auch eigentlich nur ums Gold. Ja. Jetzt mal ehrlich. Also so, als ob es ihm um seine Töchter ging, weil er hätte ja auch einfach wiederkommen können. Ja, aber am Ende entscheidend ja schon, weil er wollte ja schon sehen. Und dann meinst du, das hat zu seinem Plan gehört. Aber warum sollte denn diese Sophia, die war ja wahrscheinlich beteiligt so, ich denke mal, die hat da auch eine kleine Provision bekommen, also Geld und Gold. Ja, ja, schon klar. Und der Kapitän wahrscheinlich auch mit Geld. Ja, okay, aber trotzdem. Ich fand, er ist schon, und dann halt diese dramatische Szene, mit der Hochzeit. Die fand ich mega cool, diese Szene. Echt? Ja. Das fand ich war eine der besten Szenen überhaupt. Echt? Okay, ein bisschen blöd, dass sie auch, dass da ein bisschen schlechte Stimmung war. Die wurden doch gar nicht getraut, also nicht vor den Leuten halt. Ja, okay. Und wie sind sie rein mit diesem Geldkoffer, das war schon. Und da mit ihrem verschmierten Make-up da. Ich meine, das war schon cool. Das war die beste Szene, würde ich sagen. Die hatte so ein bisschen Power. Ja, echt, das war eine beste Szene. Da, wo der auch so vor allen irgendwie bloßgestellt worden ist, fand ich schon cool. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen informiert, so, wie die Serie angenommen worden ist. Und häufig wurde halt kritisiert, dass die Person so ein bisschen so on top und sehr stereotypisch dargestellt worden ist. Also, dass man genau wusste, der Typ ist der und der, der ist der und der. Was meinst du dazu? Dass die jetzt so keine großen Überraschungen waren oder wie? Nee, dass von Anfang an so ein Charakter festgelegt worden ist und jeder hatte so seine Charakterrolle. Fand ich teilweise so. Ich fand, bei den beiden Schwestern hat man das gesehen, dass Eva so die Rebellische war und Carolina so ein bisschen die, ja, also die Zurückhaltende. Und, ähm, ich meine, sie hat, sie heiratet jetzt die Hunde in der Familie und geht ihr lieber auf Nummer sicher. Und Eva so ganz, ähm... So schon ein bisschen rebellisch für die Zeit. Richtig, richtig rebellisch, auch in der ersten Folge zum Offizier. Zufizier, genau. Zu der Zeit war das ja nicht üblich, richtig. Die hat sich halt nicht drum geschert, wie, was andere von ihr erwarten, sondern hat eher immer so ihr eigenes Zimmer durchgezogen. Und auch die, ähm, die Franziska, diese alte, ähm, Dienerin, auch so, ähm, die die ganze Zeit diese Mutterrolle auch hatte und treu war. Und, ähm, ja, also ich fand, irgendwo kommt man schon, natürlich die Rolle schlechthin von, äh, Sebastian, diesem Playboy da. Ja, Sebastian. Der ja auch, wo ich, der ja einfach seine Rolle durchgezogen hat. Ja, der hat irgendwie auch, man war sich nie ganz sicher, ist es ihm jetzt ernst mit der Dienstmarkt oder nicht wirklich? Ist es jetzt nur eine Eroberung so viel kurze Zeit oder entsteht da vielleicht doch mehr? Ja, ich fand auch das mit der Dienstmarkt, also die Tochter von der Franziska, ähm, das war einfach so, irgendwie so, dass so ein Mädchen aus so niedrigeren Verhältnissen oder ärmeren Verhältnissen dann so halt nicht wirklich in der Rolle bleiben will und dann halt so die ganze Zeit so, ja, halt in der Welt der reichenden Schön sein will und sowas. Das war jetzt auch nicht wirklich die größte Überraschung. Das stimmt. So, die hat ja auch immer gesagt, ich will nicht das Leben führen, was ich jetzt führe. Die wollte ja immer was Besseres. Ich fand das auch so schade, weil dieser, die Mass, oder wie er heißt? Der, ja, die Mass. Das wäre, die wären wirklich so voll das schöne Pärchen geworden. Das stimmt, das stimmt. Und sie hat ihn einfach nicht beachtet, nur weil er halt ihrem Rang entsprach, also ihrem gesellschaftlichen Rang und die war nur auf Sebastian eigentlich irgendwie gefühlt so ein bisschen aus. Nicht, weil er vielleicht so voll den tollen Charakter hatte, sondern nur, weil er sie irgendwie so, ja, keine Ahnung, beeindruckt hat oder was weiß ich. Ja, dachte ich mir auch kurz. Natürlich hat man natürlich ein bisschen für die Mass so gehofft, weil er war ja automatisch sympathischer, weil er von untersten Klasse war. Aber ich muss sagen, wenn man drüber nachdenkt, war Sebastian ja jetzt auch okay so. Ich meine, er war ja auch nett zu ihr und so und er hat ja gar nicht gewusst, dass die Mass irgendwie Veronika auch mag und hat ihm ja in dem Sinne nicht wissentlich da irgendwie reingegrätscht. Ja, also man kann ihm ja schlecht was vorwerfen einfach. Und er war ja auch, muss ich sagen, was ich krass fand, dass jemand, ich dachte, er kommt jetzt richtig eingebildet rüber, ne? So der Macho und nur am Flöten und dies, das. Bisschen Jugendsprache, Entschuldigung. Aber er war ja zu seinem Diener richtig nett. Ich meine, er hat sich ja die Idee angehört und so. Seine Geschäftsidee. Er hat ihm auch freigegeben und die Mass, du bist, der hat auch, glaube ich, einmal so gesagt, du bist nicht nur mein Diener, du bist auch mein Freund. Ja, okay, das stimmt schon. Das war schon, denke ich mal, war damals nicht üblich, dass jemand so befreundet war mit seinem Diener. Und da muss ich sagen, er war schon cool und der kann ja nichts dafür wirklich, dass die Mass jetzt so leiden muss. Ja, das stimmt schon. Also der, ja, also man war halt nie ganz klar, welche Absichten er jetzt gegenüber von ihr hatte. Am Anfang hat er auch gesagt, sie ja, also sie hat sich ja so rar gemacht, immer so geflirtet, aber immer dann, wenn er so was mehr wollte, immer ist sie weggegangen. Und keine Ahnung, dass ich es so irgendwie ein bisschen over the top fand. Einfach nur, weil es so künstlich rüberkam, von wegen so, ja, also eigentlich finde ich dich voll toll, aber ich muss jetzt so tun, als ob ich gar nicht interessiert wäre, damit du mich noch interessanter findest. Es war so ein bisschen so gestellt irgendwie. Ja. Es war halt nicht so natürlich und vielleicht war das auch damals so, zu der Zeit einfach so, dass der Mann die Frau erobern muss oder was weiß ich, aber ich fand das irgendwie komisch. Aber ja, Sebastian ist schon ein interessanter Charakter, muss ich schon sagen, ja. Also ich fand auch, das war ja eher so eine Nebenstory, weil keiner der drei Personen, die in dieser Nebenstory da irgendwie agiert haben, was Wichtiges beigetragen haben zu dem Hauptplot, also zu den Morden. Aber ich fand es trotzdem ganz cool, weil es einfach so ein bisschen Erfrischung reingebracht und ja, also man hätte sie nicht gebraucht, aber ich fand, das waren so die zwei Figuren, die ich am coolsten fande, muss ich sagen. Also die macht es erstmal, weil er war so ein netter Typ einfach und er und Sebastian einfach gut drauf und würde ich mich freuen, wenn wir die auch in der nächsten Staffel sehen, aber da kommen wir später zu. Und jetzt nochmal zurückgekommen, ob die Personen zu offensichtlich waren, also zu over the top, fand ich teilweise ja, aber ich finde in so einer Krimi, in so einer Konstellation, in so einer Krimiserie ist Charakterentwicklung auch gar nicht so notwendig. Findest du? Nee, finde ich nicht. Ich hätte es schön gefunden. Weil es findet ja auch nicht immer eine Charakterentwicklung statt. Ja, also stimmt. Bei den Menschen. Und bei manchen hätte ich es mir gewünscht, zum Beispiel fand ich die Person von, warte, 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 Natalia hieß die. Die Sängerin? Nee, das war die Frau von Hannibal. Ah, von Hannibal, ja. Und da hätte ich mir so, sie war so klar immer stiller, weil sie auch da Probleme mit ihrem Mann hatte, aber auch irgendwie hart auf der anderen Seite. Und bei ihr hätte ich mir, fand ich eine Person, die glaube ich richtig interessant vorkam, weil man nicht wirklich, bei ihr konnte man nicht wirklich wissen, was sie gerade denkt oder so. Weil sie halt so eine sehr harte Schale hatte und da hätte ich mir echt gewünscht, wenn man da noch ein bisschen näher drauf eingegangen wäre. Das war so eine, war nicht da, die am meisten Potenzial hatte, bei der ich dich auch gar nicht einordnen könnte, weil alle anderen könnte ich einfach so einordnen. Ich meine, auch der erste Offizier, Gentleman, immer da, gut aussehend, nett. Ein Ermittler-Duo mit Eva, fand ich ganz cool immer. Ich dachte so, boah, wären die jetzt so das Ermittler-Duo der Staffel? Das hätte ich so cool gefunden, so ein bisschen, wenn alle so einzeln ermittelt hätten und dann wäre irgendwas passiert und dann setzen die sich so zusammen, so ein bisschen wie bei Stranger Things zum Beispiel. Ja, so ein bisschen, weißt du, dass so einzelne Ergebnisse passieren, Ereignisse meine ich und dann... Ja, es war ja auch ein bisschen so, also Karolina hat manchmal alleine ermittelt, dann Eva und Dingens, der Detektiv nicht. Ja, Detektiv einfach so. Ich fand eine Szene, die muss ich ja ganz kurz erwähnen, das fand ich, war so eine, die hatte so eine Komik in sich, als irgendwie meinte der Arzt, ja, mein Gehilfe, der ist abhandengekommen. Ja. Und dann meinte, ich weiß nicht, ob der Detektiv, und irgendjemand meinte so, ja, wird sie schon finden. Ja. Und dann ist er aber weggegangen so und ich so, Leute, wie kann es denn sein, dass es einfach so ein Krankengepfleger einfach weg ist? Ich hatte immer das Gefühl... Das ist ja der, der ermordet worden ist, ne? Ja, ja, ich hatte das Gefühl, der Detektiv war schon immer auf den richtigen Spuren, aber hat einfach viel zu früh aufgegeben. Der einzige Fall, wo er Ahnung hatte, war, als Annibal getötet worden ist von der Sängerin und Natalia. Ja. Da hat er Ahnung und ich glaube, das wird noch aufgelöst oder da wird es noch richtig heikel, obwohl es ja auch nur zwei Formen gibt. Entweder es wird aufgelöst und die kommen ins Gefängnis oder... Oder sie sterben halt oder sowas, keine Ahnung. Oder es passiert halt nicht so und sie kommen davon. Also so, ich glaube, da wurde nochmal versucht, gegen Ende nochmal ein bisschen Material für weiterfolgende Staffeln zu produzieren. Aber da war ja, mir war eigentlich klar, er weiß, was passiert ist. Er hat auch so gelächelt und irgendwas mit einer Vase gesagt und so. Und ich fand, der Detektiv war wirklich immer so auf der richtigen Spur, aber irgendwie dann doch nicht mehr. Also zum Beispiel auch mit dem Vermissten. Ihm ist das ja aufgefallen. Er meinte, er ist dann ja auch zu den Personen hingegangen, zum Arzt und zum Pedro, dem Bruder da, den Onkel von den Senoritas, ich glaube, Spanisch deswegen. Ja, und ja, aber irgendwie hat er es nicht richtig durchgezogen, nee. Also ich fand aber schon, dass die Ehefrau von dem Hannibal eine Entwicklung gemacht hat, denn am Anfang war sie ja sehr, sehr still. Sie wurde ja auch, also es wurde ja auch ein ernstes Thema dadurch angesprochen, also Missbrauch. Auf jeden Fall, ja. Und sie war ja am Anfang sehr still, vielleicht auch ein wenig verbittert. Ich glaube, die waren ja auf dieser Party dann abends und dann hat er ja diese Sängerin so angeschmachtet und dann sagt er so irgendwann so, ja, willst du nicht endlich mal ins Bett gehen, so quasi. Und sie dann so, ja, das willst du, sie war so verbittert. Und dann aber irgendwie ist sie dann aufmüpfiger geworden, fand ich. Also sie hat sich nicht mehr alles von ihm gefallen lassen am Ende und hat halt auch gezeigt, dass sie anscheinend geschlagen wurde, weil, ich meine, als ob die kein Make-up oder sowas damals hatten. Ach so, meinst du, sie hat dir das offensichtlich gezeigt? Ja, ja. Aber sie hat es ja immer verneint. Also, dass man so gemerkt hat, hm, ist jetzt vielleicht noch nicht so die ideale Ehe und irgendwas ist da so im Argen, dass sie ihm so feindselig gegenüber dann geworden ist. Also, so eine Entwicklung hat sie, finde ich, schon ein wenig durchgemacht. Wobei ich das dann auch ein bisschen komisch fand mit, ähm, am Ende, dass sie so den Mord so vertuscht haben. Denn, ganz ehrlich, die hätten auch sagen können, dass er sie einfach angegriffen hat und das halt ein Unfall war. Ja, okay. Und vor allem, die waren ja erste Klasse, wie gesagt, oder zumindest sie, die Arbeiterin, also die Sängerin da. Ja, nicht, ne? Nicht, aber trotzdem. Obwohl ihr Mann ja auch jetzt, ja, war ja Zeitoffizier. Ich denke mal, das war jetzt zwar nicht Oberklasse, aber ganz okay. Ja, schon so, ne? Und dann hätten wir, bei denen wäre bestimmt nichts so richtig passiert. Ah, ich, also... Und dann haben die es einmal so versucht zu verschwischen. Ich weiß nicht, wie damals die Rechts... Also, ich weiß auch nicht, wie die Rechtswerte waren. Vielleicht wurde das damals noch nicht so hart bestraft wie heute. Und da wäre ein Mord viel höher gewesen, dass die vielleicht doch dann ins Gefängnis gehen mussten. Weil da sagt sie ja auch immer, dass sie nicht ins Gefängnis gehen will. Ja, aber dieser Hannibal will auf den Käpt'n schießen, quasi ein Attentat. Ja, ja, okay. Und bei ihm passiert nichts, oder wie? Das stimmt. Also, das ist ja schon... Das war ja ein Mordversuch. Ja, eine des Kapitäns des Schiffes, was auch noch was anderes ist, denke ich mal, zu der Zeit. Genau. Ich meine, er hat nicht auf irgendwen gezielt. Er hat auf die, eine der wichtigsten Personen am Schiff gezielt. Ja, und bei ihm war es ja nur so ein, halt, Unfall, dass er nur auf diese Tischkante... Also, sie hat ihn ja mit der Vase geschlagen. Dann ist er halt mit dem Kopf auf die Tischplatte, Kante da gefallen. Und dann... Die haben ihn dann nicht mehr erstochen oder sowas. Das ist keine Ahnung. Also, ja, das fand ich schon irgendwie komisch. Also, wobei ich das halt auch verstehen kann. Ich glaube, in so einer Situation, ich will da jetzt so... Kann man, glaube ich, so als Außenstehender nicht nachvollziehen, was man dann so fühlt. Will ich auch ehrlich gesagt niemals wissen, was man dann so fühlt, wenn dann sowas passiert. Ja, also, das wäre, glaube ich, so die einzige Entwicklung, die ich so ein bisschen gesehen hatte. Abschließend kann man sagen, dass... Also, mir wird jetzt kein wichtiger Charakter einfallen, der so eine richtig krasse Entwicklung durchgemacht hat. Ja. Und wo es jetzt auch keinen Plottwist oder sowas gab, wo man sich dann so gedacht hat, so... Noch nicht mal die Hauptfiguren irgendwie, so... Nee, irgendwie nicht, so... Ich fände es schön gewesen, wenn die irgendwie dann... Ja, keine Ahnung, also... Ja. Es war ja immer noch ein bisschen so klischeehaft schon. Ja, das stimmt. Vor allem halt, ähm, Carolina, die hat halt fast nie ihren Ehemann so verdächtigt. Immer Eva hat irgendwas so angebracht. Ja, doch, ja. Und dann hat sie ihm so nachgefragt. Die ist schon ein bisschen gezweifelt nachher. Ja, ja, aber sie hat so nachgefragt und dann so, ja, da hat er ihr irgendwelche Lügen erzählt. Sie hat ihm so geglaubt, hat nicht mehr weiter nachgefragt. Und dann hat er am Ende so, ja, ähm, vom... Also, dann hat er ihr ja die Wahrheit erzählt, dass er halt, ja, Schulden hat, weil er halt doch ein Zocker anscheinend ist. Also, so ein Spieler halt. Aber er wollte nicht sagen, wie viel, ne? Ja, er wollte nicht... Ja, und das fand... Das hätte mich echt mal interessiert, so... Weil, ganz ehrlich, ihm gehört ja ein Schiff. Ja. Wie viel Schulden man da machen kann beim Spielen. Ja, irgendwie schon. Also, der muss ja schon richtig hart spielsüchtig gewesen sein. Auf jeden Fall. Und, oder halt, mega die hohen Einsätze gesetzt haben. Das vielleicht auch. Aber, ähm, ja, und dass sie ihm dann halt direkt verzeiht und sagt, so, ja, warum hast du mir das? Ja, sie gibt ihm einfach so Geld von ihrem Erbe wahrscheinlich oder was auch immer sie da... Also, sie haben ja, ja, wahrscheinlich... Also, man merkt ja nicht wirklich, dass jemand einen Job hat. Vor allem Eva ist ja eigentlich Schriftstellerin. Und anstatt, dass sie dann so die Ereignisse festhält, das hätte ich halt richtig cool gefunden, wenn sie am Anfang so geschrieben hätte. Ja, ich hätte auch gedacht, dass das so als Vorlage ihres Buches gewesen wäre. Ja, das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Ja, das wäre so toll gewesen, wenn die so gesagt hätte, so, ja, eigentlich wollte ich nur an meinem Roman schreiben und eigentlich sollte das nur voll die harmlose Seereise werden. Aber dann sind die und die Ereignisse passiert. Und so, dass man... Das hätte man richtig gut einbauen können. Aber nein, die hat einfach nie geschrieben. So, einfach nie. Und dann ist ja auch ihre, ähm, ja, keine Ahnung, das fand ich schon irgendwie komisch. Und, äh, bei Carolina, glaube ich, hat die gar nichts gearbeitet. Das war so komisch, weil irgendwie, die schienen ja so ziemlich einen hohen Rang zu haben. So, sehr... Die war halt auch, glaube ich, vom Rang, also so vom Ansehen höher als ihre Schwester, Carolina. Weil die war ja auch in der Schuhfabrik und so, war die ja auch, äh... Angestellt, aber die hat nichts anscheinend gemerkt. Sie meinte selber, ähm, das wird dann ja auch nochmal aufgeklärt mit denen, was da jetzt alles Grobtes so passiert ist. Das ist halt, ähm, während der Nazizeit haben die ja dann die, die Lastwagen quasi bereitgestellt. Und das waren dann einfach die Lastwagen, die dann, ähm, zum Holocaust halt beigetragen haben und halt Juden abtransportiert nach, ähm, einem Konzentrationslager. Was ich, ähm, das fand ich schon gut. Also, das muss ich schon sagen, das war irgendwie schon ganz gut gemacht mit den Lastwagen. Aber dass sie dann so sagt, ja, ich hatte keine Ahnung davon, dass sie so nichts so auffällig fand, das fand ich... Also, das war schon ein bisschen merkwürdig, dass sie da so sehr blauäugig drin war und... Ja. So, weil sie anscheinend das ja auch geleitet so ein bisschen hat, obwohl sie ja nicht die Nachführerin werden wollte. Aber sie schien ja schon sehr involviert zu sein, irgendwie, wenn sie irgendwelche Verträge oder sowas unterschreibt. Ja. Oder Lieferungen absegnet. Ja. Und ich fand es schon komisch. Und ich fand es auch nochmal, am Ende wurde ja nochmal, ähm, aufgedeckt, dass der Vater daran schuld ist. Und wie mies er einfach seinen eigenen Bruder und noch einen Freund, den Arzt, die sind ja wahrscheinlich befreundet, da so reingezogen hat. Und sie haben ja nachher noch den Vater gedeckt. Ne? Die haben einfach... Und das fand ich mir... Und dann kommt er raus und hat schon irgendwie zu danken oder so, was ja schon krass genug ist, dass sie ihn decken. Ähm, erpresst er die noch und so und stellt sie als Mörder dar. Richtig krass. Und das ist halt so... Also, das war schon so hart, die Handlung. Aber... Vor allem, wie er dann so den... Am Ende wird der ja gefangen genommen, weil es ja alles aufgedeckt wird. Und dann begegnet er dem Petro im Flur und tut einfach diesem einen Typ so die Kehle oder sowas aufreißen. Ja, den... Mit den Zähnen. Ich dachte mir auch, der ist ja schon was älter. Wie kann der denn so einen Matrose einfach umlegen? Ja, vor allem... Und keiner ruft ihn... Oh, Petro ruft nicht Hilfe oder so, dass jemand kommt. Und Petro, also vor allem, der hatte nur einen Wachmann, come on. Ich meine, der hat richtig viel, so... Der hat zum Holocaust beigetragen. Der war eigentlich der Schwerverbrecher überhaupt. Überhaupt, ja. Und der einfach so null Security oder sowas, lassen ihn einfach so im Schiff auch noch rumlaufen. Die haben ihn dann nicht immer versucht einzusperren in irgendeinem Raum oder sowas. Aber ganz ehrlich, was denkt er sich? Was bringt ihm das Fliehen? Ich meine, er ist auf einem Schiff. War es nicht so, dass am Ende dann dieses Boot gezahlt wurde? Ja, na, okay. Aber ich weiß nicht, welches Boot das war. Das war irgendwie... Ich habe die Charaktere nicht wirklich erkannt, deswegen wusste ich nicht genau, wer das jetzt war. Und dann wurde ja auch so eine Kiste gezeigt. Ja, ja, ja. Lass da mal am Ende drüber sprechen. Noch eine ganz kurze Sache, die ich ansprechen wollte, und zwar die Frau vom Offizier, die... Meinst du sie? Nee, vom ersten Offizier, die rebelliert hat. Genau. Im Widerstand war und dann entführt worden ist, glaube ich. Und man weiß ja, es ist ja nicht, was mich so, was ich seltsam fand, es hat ja nicht gesagt, dass sie gestorben ist, Feste. Ja, weil... Das war die Vermutung, sie ist gestorben, aber er wusste es nicht. Und vielleicht haben die das ja gemacht, weil die irgendwann zurückkehrt. Ja, dachte ich mir auch so, dass es so richtigen Plattwist gibt, weil eigentlich war so alles perfekt. Er und Eva, so Traumpaar, keine Ahnung was, so richtig klischeehaft, aber es war halt so. Und dann auf einmal kommt ja so eine verschwundene Mehlfrau. Es war ein guter Plattwist. Und wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Da dachte ich so, die kommt bestimmt nochmal irgendwann später vor, sonst hätten sie sie halt tot gemacht. So, sie hätten sie einfach sterben lassen können. Hätte man geschrieben, ja. Dann wäre es so noch dramatischer gewesen, so von wegen, ja, der Matrose, der halt seine Ehefrau verloren hat. Und, keine Ahnung, jetzt findet er auf einmal eine Unfall auf die neue Liebe oder so. Man hat sich da sehr viele Türen offen gelassen. Ja. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, ob schon fest eine zweite Staffel geplant war, weil man hatte ja so mehrere Wege, wo man weitermachen konnte. Also bei dem Mord an Annibal, wie war der Detektiv und der Käpt'n involviert und auch der Vater ist geflohen. Und halt auch bei dieser Sache, ja, okay, jetzt können wir jetzt mal über die zweite Staffel reden. Also, sie ist ja nicht bestätigt, aber ich habe, es gibt Gerüchte, dass es eine zweite Staffel gibt. Ich gehe mal davon aus. Und ich dachte erst, als dann nach dieser Trauung gesagt wurde, da ist ein, also es war ja so ein typisches Ende, eine Hochzeit. So enden ja viele Filme oder Serien. Und dann kam, da ist ein Schiff, so, ne. Da dachte ich so, ja, okay. Was ist das? Unnötig irgendwie, komisch. Ich dachte so, da wäre jetzt einfach irgendein Schiff, was da ja einfach irgendwo aufgelaufen ist oder so. Und das ist einfach eine Rettungsaktion, die dramatisch gezeigt wird. Aber dann, fand ich, wurde das so mysteriös gezeigt, einfach, dass da Leute auf einem Ruderboot unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob das ein Rettungsboot war. Ja. Aber die hatten ja auch so ein Zeichen oder so. Das sah aus irgendwie, als wäre das so eine Art Sekte oder so. Und da dachte ich mir, Alter, das ist so, das ist besser als die ganze Serie vielleicht, was da jetzt gezeigt worden ist. Das wird jetzt richtig, vielleicht hängt ja jemand auf dem Schiff mit zusammen oder so. Und das war der Punkt, wo ich dachte, so zweite Staffel kann man sich auf jeden Fall anschauen. Also, ich finde das, der Cliffing am Ende war wirklich so on top. Das war so einer der krassesten Momente der Serie, fand ich sogar. Also, ich fand irgendwie, teilweise hat es mich so ein bisschen an so eine spanische Telenovela erinnert. Ja. Ein bisschen schon die Serie so, zum Beispiel mit dem, mit der Dienstmarkt und Klingens. Dann vor allem mit dem, ja, dass sie auf einmal so voll eifersüchtig auf so eine andere Frau war, nur weil er ihr irgendwie auch das gleiche Buch empfohlen hat der anderen Frau. Und dann war sie so, you did not. So, weißt du, so, das war so ein bisschen immer, also so ein bisschen overdramatic. Ja, ja. Und, also, das Ende fand ich echt gut. Und ich fand es halt einfach nur, dass die Handlung nicht wirklich klar war an manchen Stellen. Ja. Und halt verwirrend und halt man auch nicht genau, also manche Szenen wurden halt so offen gelassen. Zum Beispiel mit dem Käpt'n, der war ja dann anscheinend außer Dean. Ja. Ihn hat es dann auch nicht mehr gekümmert, dass sie nicht zurückgefahren sind. Er einfach nur so, ja, ich lasse das Schiff jetzt so laufen. Ja, es war so. Und dann hat er ja noch diese Sophia und den Vater versteckt. Und die schienen sich ja zu kennen. Ja. Also, ich meine, warum versteckt man sonst jemanden? Aber es wurde halt gar nicht aufgeklärt irgendwie. Also, das deutet schon auf so eine zweite Staffel. Muss eigentlich, ja. Ja, obwohl man muss ja halt mal gucken am Ende. Ich hasse solche Serien, die dann halt so mega viel offen lassen. Und dann wird verkündet, dass es so keine zweite Staffel gibt. Ja, das ist mies. Weil die Sehgewohnheiten sind ja so, ja, so ein bisschen unterschiedlich. Und dass das vielleicht nicht so, oder ich kann mir vorstellen, dass die in England auch ziemlich erfolgreich war. Ja. Weil die ja auch so auf so... Die Kulisse war ja auch echt toll. Ich schaue mal ganz so auf. Also, gerade als ich das Schiff gesehen habe, ich wurde so an die Titanic erinnert. Das war für mich das Highlight. Wirklich. Mit dem Dampfschiff und alles und mit dem Aufbau und dass es so luxuriös auch war. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg war es jetzt nicht wirklich üblich. Ja. Das ist so luxuriös, dieses Schiff war. Vor allem in Spanien jetzt so. Ja. Das war jetzt nicht Amerika oder sowas. Ja. Und ja, das fand ich echt richtig gut gemacht. Auch die, wie gesagt, die Kostüme und sowas, alles halt richtig an den Stil angelehnt. Konnte man sich richtig gut reinversetzen in die Zeit auf jeden Fall. Ja, halt nur manchmal war irgendwie die Handlung ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Sie war nicht so, dass es so einen roten Faden gab oder so, dass man auf jeden Fall jetzt das nachvollziehen konnte, so weißt du, so mit zum Beispiel dem Mord an dem potenziellen Mörder von der Sophia oder sowas, weißt du, das war dann nicht so wirklich gut gemacht. Also ich bin trotzdem, ich glaube, ich gucke die zweite Staffel oder gucke zumindest mal die erste Folge, weil ich immer wissen will, was man mit diesem Boot auf sich hat. Ja, ich auch. Damit haben die, das, das war echt krass gemacht. Das war die beste Szene aus der ganzen Serie, muss ich ehrlich sagen. Sonst, muss ich sagen, fand ich es auch, ja, fand ich sie nicht so mega, aber das würde ich jetzt auch gerne mal in Sternen festhalten. Es war Skala von 1 bis 5, 5 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Und wir können ja mal gucken, wie das im Vergleich zu den anderen zwei Serien, die wir schon bei reingeschaut hatten, abschneidet. Mal zur kurzen Erinnerung, die Netflix-Serie Umbrella Academy hatten wir durchschnittlich mit 3,8 bewertet und die Amazon-Serie Hanna mit 3,75, also ziemlich, ziemlich ähnlich. Knapp. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es für High Seas aussieht. Ja, also ich würde ehrlich gesagt so 2,5 bis 3 Sterne ungefähr geben. Wie gesagt, ich fand es teilweise echt gut gemacht, aber dann die Dialoge irgendwie und das ist generell die Charaktere haben mich jetzt, also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt so einen Lieblingscharakter hatte, wo ich dachte so, boah, der hat richtig gute Überraschungen, richtig guter Plottwist, so, wo man sich so dachte so, das hätte ich jetzt niemals voraussehen können, so, dass derjenige Dreck am Stecken hat oder sowas. Ja, das stimmt. Heißt du, deswegen würde ich so 2,5 bis 3 Sterne. Ja, 3 oder 2,5? 2,5 so würde ich schon, also auch wenn das Bühnenbild echt toll war, also ich liebe ja auch so Geschichte und das war echt nochmal so eine Rückkehr in eine andere Zeit einfach und dass Probleme angesprochen wurden, wie der Missbrauch zum Beispiel oder halt auch die Vergewaltigung ist ja auch Missbrauch. fand ich gut gemacht, dass so ernste Themen angesprochen wurden, ja, aber halt irgendwie war es mir dann doch manchmal zu undurchsichtig so richtig. Ich würde ja zustimmen, es war einfach manchmal zu gewollt, dass die Story an sich, manchmal dachte ich mich auch so, das kann doch nicht sein, dass jetzt so ein Zufall stattfindet. Ähm, ich würde auf jeden Fall, was ein paar Punkte wieder gut macht, ist halt das Szenenbild und auch die Kostüme, die werden gut gemacht, Schauspiele fand ich auch bei allen okay, so kann man, kann man nicht sagen. Ja, auf jeden Fall. So, aber ich würde auch 2,5 geben, halt weil die Figuren so ein bisschen schlicht waren und ja, wie gesagt, beim Plot bin ich auch bei 2,5 und dann ist die Serie ja jeder, der ja mal ein Mathebuch gesehen hat, weiß ja, dass das jetzt 2,5 im Durchschnitt ist und damit, glaube ich, bis, ja, bisher die am schwächsten bewertete Serie hierbei reingeschaut. Ähm, ich gucke auf jeden Fall die zweite Staffel an, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, ich auch. In dem Sinne, achso, ja. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ich finde, das ist eine gute Serie, um abends abzuschalten und ja, finde ich auf jeden Fall cool, würde ich auch. Also bevor man irgendwie das Nachmittagsprogramm von, keine Ahnung. Von irgendwelchen bestimmten Serien oder Sendern schaut, die vielleicht noch unsinnigere Dialoge oder Schauspiel haben. Ja, würde ich das auf jeden Fall so viel leicht unterhalten. Dann lieber GTS-Set auf dem Schiff mit einem Mord. Ja. Bis die zweite Staffel rauskommt, könnt ihr euch natürlich noch ganz viele andere Sachen angucken, aber auch anhören. Zum Beispiel die letzte Podcast-Folge hier, da habe ich mit meinem guten Gast Nils die Serie Hanna besprochen. Auch sehr gut. Und dann guckt natürlich immer wieder vorbei auf der Website, die ihr alle als Startseite auf eurem Zweitrechner habt. Auf jeden Fall. www.medienwerkstattbonn.de, da gibt es hin und wieder Rezensionen von mir zu Kinofilmen und auch Premieren nächsten Dienstag. Auf jeden Fall reinschauen. Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber vielleicht sind da schon die Interviews von der Premiere drin, von Gut gegen Nordwind. Das wäre natürlich spitzenkrasse. Das wäre natürlich jetzt mega cool zu bewerben. Das ist hier aber jetzt eine hohe Hürde auf, du. Ja, jetzt habe ich es im Podcast gesagt. Und wenn jetzt keine Interviews kommen, dann wäre ich vielleicht verklagt oder so. Na, stimmt nicht. In dem Sinne, danke, dass du heute hier warst, Hanna. Hat mich sehr gefreut. Und dann hören wir uns ziemlich bald bei Reingeschaut wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß beim Serien gucken, beim Fernsehen gucken, beim Opern gucken, beim Theater gucken. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.